Könnten Sie uns bitte sagen, was das bedeutet, wissenschaftlich zu schreiben? Ja, wenn man wissenschaftliches Schreiben betrachtet, dann muss man sich vor Augen halten, dass das eigentlich ein Teil eines Forschungsprozesses ist. Also das heißt, das wäre eine falsche Vorstellung. Man setzt sich vor ein leeres Blatt Papier und schreibt jetzt plötzlich wissenschaftlich im Unterschied zu normalem Schreiben, sondern es ist im Teil eines Forschungsprozesses und das heißt, es braucht viele andere vorbereitende Schritte, bevor man überhaupt dann wissenschaftlich zu schreiben beginnt. Das heißt, eigentlich ist das wissenschaftliche Schreiben das zu Papier bringen sozusagen eines der Ergebnisse eines vorangegangenen Forschungsprozesses. Natürlich heißt das nicht, dass man gleich von Anfang an neues Wissen schafft, sondern man muss sich einüben sozusagen in die Art und Weise, wie man wissenschaftlich arbeitet, wie man da herangeht an so ein Problem. Also das heißt, man beginnt mit dem Einlesen in die Forschungsliteratur, die Fachliteratur, damit man überhaupt weiß sozusagen, was und wie wird wissenschaftlich gearbeitet, welche Art von Fragen werden da gestellt, wie geht man an die Sache heran. Und wenn man da sich firm gemacht hat, dann kommt man auf eine eigene Fragestellung, die einen interessiert und wo man dann einen Plan macht, wie man vorgeht am besten. Und da gibt es eben Vorgaben, gewisse Standards, wie man das am besten macht. Also dass man sich überlegt, was ist eben genau meine Fragestellung, die muss ich gut eingrenzen. Dann muss ich mir überlegen, was gibt es für Theorien, die in diesem Fach oder im Zusammenhang mit ähnlichen Themenfeldern bereits etabliert sind. Ich setze mich mit denen in Beziehung und habe dann sozusagen eine Orientierung, an der ich mich im weiteren Verlauf meiner Vorbereitungsarbeiten sozusagen dann auch daran halte, die mich quasi wie ein Wegweiser leitet durch den gesamten Forschungsprozess. Dann frage ich mich, welche Daten, welche Fakten möchte ich oder brauche ich, um diese Frage zu beantworten. Und so arbeite ich mich sozusagen entlang meiner Fragestellung immer näher hin zu einer Antwort. Und eigentlich, das Ergebnis ist dann erst das Endprodukt in Form einer wissenschaftlichen Arbeit, wo alle meine Schritte vorher dokumentiert, begründet und Ergebnisse dann in Beziehung gesetzt werden zu dem Wissensstand, den es bereits gibt. Und in diesem Sinne ist das allgemein das, was man unter forschendem Lernen auch verstehen kann. Und im Studium selbst ist das, was man macht, eigentlich das ganze Studium hindurch, nichts anderes als einzelne dieser vorbereitenden Schritte auszuprobieren, sich anzunähern, heranzutasten an das, was man dann als wissenschaftliche Arbeit am Ende des Studiums bezeichnet. Weil im Bachelorstudium zum Beispiel ist eigentlich die Bachelorarbeit ganz formal gesehen ja gar noch nicht eine wissenschaftliche Arbeit. Also das heißt, es kommt immer auf das Anspruchsniveau darauf an, dass man an das eigene forschende Lernen hat, was man jetzt genau produzieren muss am Ende. Da gibt es bestimmte Vorgaben, was das bedeuten soll. Aber eigentlich sind es dann eigentlich Masterarbeiten oder Doktoratsarbeiten, die dann wirkliche innovative Forschung auch selbstständig darstellen und durchgeführt werden können. Und in diesem Sinne ist alles, was man im Bachelorstudium macht, ja eine wissenschaftliche Berufsvorbildung. Und das heißt, das wissenschaftliche daran ist eben, dass man lernt, sich einzuarbeiten in diese Denkweise, diese wissenschaftliche Denk- und Arbeitsweise und sich dann Schritt für Schritt diesem Endergebnis nähert. Da kann man, was wissenschaftliches Schreiben ist, da kann man hervorragend mit vielen Kollegen und Kolleginnen diskutieren. Als angewandter Informatiker habe ich dann einen recht pragmatischen Ansatz. Wissenschaftliches Schreiben ist so zu schreiben, wie es in unserer Disziplin üblich ist. Das heißt gut strukturierte Texte, leicht verständliche Texte, die zumindest im Einleitungsteil für jeden Informatiker, für jede Informatikerin verständlich sein müssen. Dann im technischen Detail eines Papers kann man dann schon tiefergehendes Wissen voraussetzen. Aber die Hauptmessage eines Textes muss für jeden, der Informatik studiert hat, verständlich sein. Wissenschaftliches Schreiben ist etwas, was zu erlernen ist. Das merkt man immer mehr. Also es ist eine Sache, die einerseits darin besteht, dass man schreibt. Das Schreiben kann man natürlich außerhalb von wissenschaftlichem Schreiben lernen. Es gibt gewisse Skills, gewisse Dinge, die man beherrschen muss. Und manchmal ist es notwendig, auch im Studium Studierenden zu sagen, ja, also das Schreiben lernen ist etwas, was man so machen muss. Und darüber hinaus, das wissenschaftliche Schreiben hat nur andere Voraussetzungen, das habe ich schon erwähnt. Die Tatsache, dass man sich an gewissen Regeln hält, dass man immer ganz genau klar sagt, was man machen will, was ist die Forschungsfrage, was ist das Thema. Und dass man immer wieder die Argumente klar darstellt und auch Übergänge zwischen Argumenten schafft, eine logische Abfolge von Argumenten darstellt. Und dass man immer klar darstellt oder darlegt, wie man zu seinen Aussagen beim Schreiben gekommen ist. Also wie belegt man das? Und man darf nie auf das Zitieren vergessen. Das habe ich schon erwähnt. Aber das ist leider ein Problem immer wieder. Und es wird immer mehr zu einem Problem durch die Digitalisierung, dass man leichter Zugang zu anderen Texten hat und dass man sich manchmal verführen lässt, zu übernehmen. Ausdrucksweise oder Sätze, ganze Sätze, die man vorfindet, weil man sie besser als die eigene findet. Also das ist sehr wichtig. Und etwas, was man, ein Fehler, den man macht beim Schreiben, wenn man liest. Sie haben, wir haben Lesenschreiben schon mal erwähnt. Natürlich, man muss immer wieder lesen, auch wenn man schreibt. Und man muss immer ganz genau schreiben, woher habe ich dieses Zitat? Also wenn man etwas mitschreibt, ein Exzert schreibt, sollte man nie das schreiben, ohne zu notieren, woher hat man das? Weil man spätestens beim Schreiben und bei der letzten Version der Arbeit ein Zitat braucht. Und wenn man dann sagt, ach, das habe ich vergessen, macht nicht, ich verwende trotzdem dieses Zitat, weil es doch so gut ist, dann ist es schon ein Plagiat. Also das ist diese Gefahr, die überall lauert, wenn man nicht genau nach Regeln schreibt und arbeitet. Wissenschaftliches Schreiben. Ja, da muss ich auf Dinge zurückkommen, die ich schon mal erläutert habe, denn da kommen zwei Elemente zusammen. Einmal kommt da ein gewisses handwerkliches Können. Also, dass man einfach das ABC dessen kennt, wie schreibt man einen wissenschaftlichen Text. Es muss klar erkennbar sein, dass es da eine These gibt. Und es muss eine Struktur erkennbar sein, dass man verschiedene Argumente hat, gewöhnlich vom eher Schwächeren zu Stärkeren oder umgekehrt eine klare Ordnung der Reihe der Argumente, die diese These stützen sollen. Also dieses handwerkliche Können ist wichtig. Und natürlich auch, dass man sich auf geschickte Weise auf existierende Literatur beziehen kann. Und zwar sowohl Literatur, die man benutzt, um die eigene Position zu stärken, als auch Literatur benutzt, gegen die man sich wendet, mit der man in einem agonistischen Verhältnis steht. Denn das hat ganz allgemein damit zu tun, was es eigentlich heißt, wissenschaftlich zu sein. Wissenschaftlich zu sein heißt, dass man etwas Originelles sagen kann, das sich einerseits affirmativ positiv auf existierende, frühere Forschungen bezieht, auf die man sich stützt, andererseits aber auch bestimmte herkömmliche wissenschaftliche Meinungen infrage stellt. Und diese Art von wissenschaftlichem Denken soll sich natürlich, ganz klar, im wissenschaftlichen Schreiben widerspiegeln. Also da würde ich vielleicht noch Folgendes anfügen wollen zum wissenschaftlichen Schreiben, ist, dass man das nie endgültig lernt. Ist so wie ein immer gerne im Vergleich des Golfspielers, auch ein, obwohl ich selber gar kein Golfspieler habe, das habe ich mal irgendwo gelesen, dass auch die erfolgreichsten Golfspieler immer noch mit einem Trainer durch die oder Trainerin durch die Welt reisen, mit der sie immer wieder den Grundschlag des Golfspiels immer und immer wieder üben müssen. Und der Trainer muss es immer und immer wieder korrigieren. Das ist beim wissenschaftlichen Schreiben eigentlich ganz genauso. Man ist nie da, man ist nie am Ende. Man lernt zwar irgendwann, Texte zu schreiben, die auch publiziert werden oder Texte zu schreiben, die gute Noten bekommen als Studierende. Aber es braucht immer wieder den kritischen Blick der anderen darauf, was macht man eigentlich, die Korrektur der anderen. Oder natürlich, es braucht immer und immer wieder die Selbstkritik, dass man seine Texte auch immer wieder selbstkritisch reflektiert. Der berühmte deutsche Philosoph Hegel zum Beispiel hat den Anfang eines seiner Hauptwerke, die Logik, nach eigenen Aussagen 99 Mal umgeschrieben. Und wenn Studierende manchmal mit mir kommen mit einem ersten Entwurf eines Textes und denken, das ist es dann aber auch, höchstens soll ich dann noch ein paar grammatische Fehler berichtigen, dann muss ich Sie auch immer daran erinnern, so ist es auch bei mir selber nicht. Auch ich selbst schreibe manche Dinge immer und immer wieder neu, bis ich tatsächlich zufrieden bin. Also man ist nie da, aber man wird natürlich besser. Und von daher lohnt sich der Aufwand, selbst dann, wenn es den perfekten Text natürlich nicht gibt. Wissenschaftliches Schreiben hat für mich zum Ziel die Beantwortung einer wissenschaftlichen Fragestellung. Hierfür ist es wichtig, strukturiert vorzugehen. Bei uns beispielsweise ist die Bachelorarbeit die erste große wissenschaftliche Arbeit. Das wissenschaftliche Schreiben bedeutet hier neben der Hinführung zur Fragestellung und zum eigentlichen Thema in der Einleitung, das Abhandeln der Methodik, wie die Frage beantwortet wurde, der Ergebnisteil, also welche Ergebnisse konnten gezeigt werden und natürlich zum Schluss, besonders wichtig, die Diskussion, in der die Ergebnisse noch einmal bewertet, kritisch beleuchtet werden. Das wissenschaftliche Schreiben wird während des Studiums erlernt, vertieft und auch umgesetzt, kann aber nie vollendet sein. Wissenschaftliches Schreiben ist ein Prozess, bei dem wissenschaftlich generierte Daten einerseits in einen größeren wissenschaftlichen Kontext gesetzt werden und andererseits alle Ergebnisse, Resultate, die man vorher generiert hat, werden schriftlich diskutiert. Es geht darum, diesen Prozess zu erlernen und das ganze Wissen, was bei der Forschung und an der Universität in der Ausbildung generiert wird, das eben schriftlich festzuhalten und auch einer breiten Öffentlichkeit dann eigentlich einerseits Wissenschaft, andererseits einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Besondere daran ist, dass man die Möglichkeit hat, eben das ganze generierte Wissen eben festzuhalten und auch im weiteren Verlauf wieder zu verwenden oder eben als weiteres Kommengut einfach zu verbreiten. Die Funktion ist eigentlich, dass man eben die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die man gesammelt hat, eben eindeutig und sachlich zu Papier bringt und damit der Menschheit zur Verfügung stellt. Was erwarten Sie von Studierenden, die ihre erste schriftliche Arbeit angehen? Das Wesentlichste ist, dass sie beginnen zu schreiben und selbst schreiben und nicht abschreiben. Also keine Textteile wörtlich übernehmen und dabei auch die Quellenangaben vergessen. Das ist einmal das Wesentlichste. Das wird auch ganz klar kommuniziert, dass schlecht schreiben ist zwar nicht gut, aber macht nicht so viel. Man kann es ja noch lernen. Abschreiben ist ganz schlimm und so die größte Sünde, die man in der Wissenschaft wohl machen kann, die auch dann später Konsequenzen haben kann. Wenn Sie eine schlechte Bachelorarbeit schreiben, dann ist die halt schlecht. Wenn Sie Ihr Betreuer trotzdem gut bewertet, ist das Problem des Betreuers, nicht des Studierenden. Ein Plagiat ist sehr wohl ein Problem. Das heißt, bei der ersten Arbeit einfach schreiben, sich Feedback holen und andere Arbeiten anschauen. Besonders fragen, was ist eine gute Arbeit? Vielleicht den Betreuer, die Betreuerin bitten, ein, zwei gute Arbeiten mit einem anderen Themenbereich, aber einfach, dass man sieht, wie der Stil ist. Das unterscheidet sich in einer Fachrichtung schon innerhalb der Informatik ganz stark. Und wenn Sie dann an irgendwelche Kunstgeschichte oder so – ich werde mal ein gemeinsames Seminar mit einer Kunstgeschichte-Professorin – die schreiben wahnsinnig lange Texte, die aus unserer Sicht nicht gut strukturiert sind. Die setzen voraus, dass man den Text von vorne bis hinten liest. Das würde bei uns kaum jemand machen. Es ist interessant, so die unterschiedlichen Kulturen zu sehen. Von Studierenden, die sich an mich wenden, um eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben, erwarte ich zuerst einmal Interesse und Neugier für die Fragestellung und das Thema, das Sie sich wählen und für das Sie sich entschieden haben. Beim Schreiben der Bachelorarbeit merke ich oft, dass Studierende einen sehr hohen Anspruch an sich haben und sehr hohe Erwartungen an die Ergebnisse der Bachelorarbeit. Hier möchte ich einfach davor warnen, dass man einen zu hohen Druck verspürt. Es ist die erste wissenschaftliche Arbeit und es geht vor allem darum, die Methodik zu erlernen und gewissenhaft zu arbeiten. Wenn Studierende ihre erste schriftliche Arbeit schreiben, dann geht es letztendlich darum, sich anzunähern an das, was man als wissenschaftliche Denk- und Arbeitsweise bezeichnet. Das heißt, es gibt bestimmte Vorgaben, die da zu erfüllen sind. Man muss sich eine politikwissenschaftliche Fragestellung suchen. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung für viele, nämlich einerseits überhaupt eine Fragestellung zu finden und dann soll sie auch noch politikwissenschaftlich sein. Also das heißt, man muss sich mit dem Gegenstandsbereich des eigenen Faches vertraut machen in erster Linie. Das heißt, man muss lesen, lesen, lesen. Man muss sich die Fachliteratur aneignen. Und auf diese Art und Weise findet man dann seinen eigenen Zugang, wo man natürlich das eigene Interesse mit einbringt. Das ist ganz sicher der Ausgangspunkt. Aber es reicht natürlich nicht aus, dann sich eigene Gedanken zu machen, sondern man muss sehr wohl anschließen an das, was es bereits gibt. Und daher ist gerade bei den ersten Arbeiten eine Auseinandersetzung mit dem, was es an Fachliteratur gibt, ganz zentral. Und dann aus dieser Fachliteratur heraus muss man dann herausdestillieren, was es da an Theorieansätzen zum Beispiel gibt, die einem helfen, die richtigen Begrifflichkeiten zu finden, den Gegenstand richtig zuzurichten sozusagen, damit wir genau wissen, worüber wir eigentlich sprechen. Dann muss man sich bestimmte Daten ansehen. Also ich muss mir überlegen, was sind denn eigentlich die Fakten, die ich benötige, um diese Frage systematisch beantworten zu können. Die muss ich nicht selbst produzieren in den ersten Arbeiten, sondern da schaue ich einfach, was gibt es an Dokumenten, an Untersuchungen, die Daten enthalten, die mir nützlich sind für die eigene Arbeit. Und natürlich, wenn man das für sich selbst geklärt hat, dann sollte am Ende eine schriftliche Arbeit stehen, die eine gute Struktur hat, die eine klare Fragestellung hat, wo Theoriebezüge aufgenommen und kritisch reflektiert werden, wo die Evidenzen dargelegt und begründet werden, warum man genau diese Art von Fakten braucht, um eine valide Antwort zu finden. Und das soll dann auch noch möglichst nachvollziehbar und gut verständlich präsentiert werden in schriftlicher Form. Und es muss natürlich sehr gut dokumentiert werden, welche Quellen man dafür verwendet hat. Und die müssen dann auch richtig zitiert werden. Also das würde ich meinen, wäre ein guter Ansatzpunkt. Und hier kommt es nicht darauf an, eben ein besonders hohes Niveau bereits zu erreichen, sondern es geht darum, dass man sich abarbeitet, sozusagen, dass man sich bemüht, alle diese Schritte so gut man eben kann zu bewältigen. Wichtig ist bei der ersten schriftlichen Arbeit, dass ich mal ein Thema wähle, an dem ich Interesse habe. Das heißt, wichtig ist Motivation. Also ich erwarte mal eine gewisse Motivation, Neugierde, einfach auch Eigeninitiative auch etwas. Und wie gesagt, ja, Bereitschaft zum Erkenntnisgewinn ist, ich glaube, das steht einmal im Vordergrund. Und in zweiter Linie erlernt man dann mit der Zeit das wissenschaftliche Schreiben oder verschriftlicht das dann auch.